Kürzlich trat Megan Markele, die Herzogin von Sussex, am 4. Dezember in Santa Barbara, Kalifornien, öffentlich auf, was für großes Aufsehen und unterschiedliche Meinungen sorgte. Megans Walde Schmucks für diesen Ausflug hat Spekulationen ausgelöst und Gespräche über ihre Beziehung zu König Charles angeregt. Zu den bemerkenswerten Stücken gehörten die Uhr von Prinzessin Denner und ein Diamant-Tennis-Armband von Bentley & Skinner, verziert mit 92 Diamanten im Rundschliff, im Wert von mindestens 4.900 Pfund. Von Bedeutung ist, dass dieses Armband ein Geschenk von König Charles selbst war, dass Megan am Vorabend ihre Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 überreicht wurde. Megan ergänzte ihr Ensemble mit ihrem Cartier-Libes-Armband, was die Betrachter dazu veranlasste, ihre Wahl auf kontrastierende Weise zu interpretieren. Einige Beobachter betrachteten Megans Schmuckauswahl als subtile Unterstützungsbekundung, während andere spekulierten, dass es sich möglicherweise um eine Form der Verhöhnung des Königs handelte. Die anschließenden Diskussionen auf Social-Media-Plattformen, darunter X, früher bekannt als Twitter, spiegelten die unterschiedlichen Meinungen in der Öffentlichkeit wider. Ein Benutzer beschuldigte Megan, den Schmuck als kalkulierten Schachzug eines narzisstischen Zweigs zur Schau zu stellen, während ein anderer fragte, ob es ihre Absicht sei, ihr eine Olive zureichen oder sich lustig zu machen. Die Meinungen zu Megans Vorgehen sind weiterhin gespalten. Bemerkenswert ist, dass Megan Makelers Entscheidung, das Diamant-Tennis-Armband von Bentley & Skinner zu tragen, Erinnerungen an einen früheren Vorfall wachrief, als sie denselben Schmuck während einer Wanderung trug und insbesondere die Krönung ihres Schwiegervaters in London ausließ. Traversen um Megan Makeler gehen über ihre Modewahl hinaus. Omitskobis Buch Endgame, das Ende letzten Monats veröffentlicht wurde, löste erneut Kontroversen aus, da es die rassistischen Bedenken hervorhob, die während Megans Schwangerschaft mit Prinz Archie geäußert wurden. Während die niederländische Übersetzung des Buches die Namen der Personen enthüllte, die diese Bemerkungen machten, blieb die britische Presse vorsichtig. In seiner Talkshow Uncensored enthüllte Pierce Morgan die mutmaßlichen Theer. Bisher haben weder Megan Makele, Prinz Harry noch die königliche Familie eine Erklärung zu den anhaltenden Kontroversen und Spekulationen angegeben. Die Öffentlichkeit bleibt aufmerksam auf die sich entfaltende Dynamik innerhalb des königlichen Kreises und wartet gespannt auf weitere Entwicklungen. Der